Und immer noch nicht. Und jetzt ziehen wir die Hosen beim Anfressen. Wow, wow, aus dem Kreis. Der Kreis verschiebt sich mit. Warte, bis du aufgehst. Ah, ich geh nicht auf. Was darf man überhaupt so halten? Ja, alles erlaubt, außer kratzen und beißen. Und boxen. Und schlagen. Hör auf! Gewicht ist auch tabu. Gewicht tabu. Gelbe Karte, gelbe Karte. Wer ist das schon wahr, Mann? Keiner ist abgeben. Ey, der macht so. Das ist technisch.